Träume haben und noch immer Hoffnung haben, und dass sie, obwohl ein Krieg, obwohl sie Flüchtlinge sind, die Kriegsflüchtlinge sind, dass sie immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Unterstützen Sie uns, spenden Sie für uns, unterstützen Sie uns, dass wir weiterhin die Jugendlichen aus der Ukraine unterstützen können. Treten Sie ein bisschen enger zusammen, damit alle auf das Foto passen. Das Foto finden Sie auf unserer Homepage ichhalte dich.org. Dann sind Sie bereit. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Heroi es war! Slava Ukraini! Heroi es war! Vielen herzlichen Dank. Bitte spenden Sie uns, unterstützen Sie uns, spenden Sie für uns, und sagen Sie der Welt, dass die Ukraine immer noch Hoffnung hat. Unterstützen Sie bitte mit uns zusammen die Ukraine. Vielen herzlichen Dank.